Hey, wie schön, dass du wieder hier bist. Heute zu diesem Yoga-Stretch für Brust und Schultern. Ich wünsche dir viel Freude beim Mitmachen und bitte dich zu Beginn auf den Fersen zum Sitzen zu kommen. Wenn das für dich unbequem ist, setz dich einfach in den Schneidersitz oder auch auf den Stuhl und komm dann für die nächste Haltung wieder zurück auf die Matte. Leg deine Hände in den Schoß oder auf die Beine, richte die Wirbelsäule auf, heb auch den Scheitel noch ein Stückchen höher und schließ deine Augen. Lass uns zum Ankommen ein paar Mal tiefer als gewöhnlich durch die Nase ein- und ausatmen. Erlaube deinen Schultern, sich nach unten hin zu entspannen. Nun löse die Zunge vom Gaumen und komm mit jedem Atemzug mehr bei dir, in deinem Körper und im gegenwärtigen Moment an. Dann leg deine Hände auf deinem Herzen übereinander und stell dir vor, eine liebe Person legt auch ihre warmen Hände und schick den Atem zu den Händen und spüre, wie sich dein Oberkörper nach vorne und hinten ausdehnt, wenn du einatmest und wie sich alles noch mehr entspannt, wenn du ausatmest. Einatmen, ausdehnen, ausatmen, entspannen. Lass deine Hände wieder in den Schoß gleiten. Gib den Atem frei und neig das Kinn zur Brust. Beginne mit der Nasenspitze einen großen Kreis zu zeichnen, schön langsam, schön gründlich. Und dann wechsel die Richtung. Dein Kiefer ist entspannt, die kleinen Muskeln im Nacken ganz weich. Beende die Bewegung allmählich. Lass das Kinn gesenkt. Öffne langsam deine Augen und lass aber gleichzeitig den Blick nach innen gerichtet. Stell die Hände nun vorn auf, um dich auf allen Vieren einzurichten. Wenn dir danach ist, streck gern mal das rechte Bein nach hinten aus, schieb die Ferse zurück. Und dann das linke. Und spreiz deine Finger so weit wie Sonnenstrahlen. Und dann fließen wir für ein paar Runden durch die Kuh-Katze-Bewegung. Einatmend hebst du Brust und Blick, ziehst die Schultern zurück. Ausatmend rollst du dein Becken ein, machst den Rücken rund und lässt den Scheitel zuletzt zum Boden sinken. Mit dem Einatmen geht das Steißbein wieder hinten hoch, sanfte Rückbeuge bis nach vorn zum Herzen, Schlüsselbeine weit. Mit dem Ausatmen rollst du das Becken ein, schiebst den Boden weg und ziehst Schambein und Stirn zueinander. Dann komm noch einmal in den Katzenbuckel und bleib für ein paar tiefe Atemzüge hier. Dann zieh die Schultern weg von den Ohren und die Schulterblätter noch mehr auseinander. Dein Bauchnabel geht nach innen und der untere Rücken wölbt sich gefühlt nach außen. Dann lass den Kopf baumeln und schick den Atem in die Rückseite des Herzraums. Vielleicht stellst du dir hier wieder Hände vor, in die du hinein atmest. Dann komm wieder in die neutrale Ausrichtung der Wirbelsäule. Lass dein Becken über den Knien ausgerichtet und wandere mit den Händen nach vorn und etwas auseinander. Senk den Oberkörper ohne ihn abzulegen. Wir üben hier auf halber Strecke noch dreimal Kuh Katze. Heb einatmend dein Brustbein den Blick nach vorn. Es ist nur eine winzige Bewegung. Und zieh mit dem Ausatmen dein Steißbein zu den Kniekehlen. Runde den Rücken so gut es geht. Die Hände drücken in die Matte. Einatmen, Rückbeuge, Brust und Blick heben. Es geht mehr hier um das Gefühl und ausatmen in den runden Rücken, die Arme richtig lang gestreckt. Noch zweimal einatmen und ausatmen. Tief ein, lang aus. Und dann leg schließlich dein Brustbein am Boden ab, die Stirn, dein Kinn oder eine Wange und finde nach und nach Ruhe in der Haltung. In Anahata Asana. Löse deinen Kiefer. Erlaub dem Atem tief ein- und auszuströmen. Lass mit jedem Ausatmen den Schultergürtel weicher werden und das Herz immer mehr in Richtung Erde schmelzen. Nimm hier noch einen tiefen Atemzug durch die Nase ein, durch die Nase aus. Und wir gehen langsam über zur nächsten Haltung. Dafür zieh den Bauchnabel zunächst nach innen, drück die Hände in den Boden, um das Gewicht nach vorn zu verlagern und komm dann in die Bauchlage, abgestützt auf den Unterarmen für die Sphinx. Drück die Unterarme gut in den Boden, lass einatmend dein Herz nach vorn ausstrahlen und dann senk ausatmend das Kinn zur Brust und roll den Oberkörper ein, wie für einen Katzenbuckel. Womöglich hebt sich das Schambein sogar vom Boden. Einatmen, dann alles wieder ablegen, aufrollen, Brust und Blick heben und ausatmend wieder rund werden. Kopf senken, dann den Rest einrollen. Ja, das Ganze wird natürlich intensiver, wenn du dein Becken auch anhebst und die Stirn zum Schambein ziehst. Du kannst aber auch nur den Kopf auf- und abbewegen. Mach deine Version noch zwei, drei Mal. Und dann verweile noch für einen kleinen Moment in der Sphinx statisch in deiner Rückbeuge. Vergrößere nochmal den Raum zwischen Ohrläppchen und Schultern und hab das Gefühl, als würden die Schulterblattspitzen am Rücken nach unten und zueinander fließen. Und atmen letztes Mal hier ein. Und dann senk mit dem Ausatmen die Stirn zum Boden, stell die Hände unter den Schultern auf. Mit dem Einatmen hier Brust und Kopf mit langem Nacken. Ausatmen schieb dich über alle Viere in Balasana in die Stellung des Kindes. Der Po kommt auf die Fersen. Atme ein paar Mal hier tief in den unteren Rücken und in den Bauch ein und aus. Entspann dabei besonders deinen Schultergürtel, deine Schultergelenke, deine Oberarme, die Unterarme, deine Handgelenke, deine Hände. Entspann auch dein Gesicht. Und gib das Gewicht von Po und Becken nach unten in Richtung Fersen ab. Verschränk hier in der Stellung des Kindes, hinten über dem Po die Finger ineinander. Wie eine Gebetshaltung, Handflächen sind beisammen, wenn das geht. Dann zieh die Schulterblätter kräftig zueinander und streck gleichzeitig die Arme nach hinten, beziehungsweise oben, soweit du kannst. Und wenn du weitergehen möchtest und das für den Nacken okay ist, dann komm mit mir in den Hasen. Heb dafür den Po von den Fersen und roll auf den höchsten Punkt deines Kopfes. Dann zieh die Faust dabei noch höher oder sogar nach vorn über den Kopf. Und egal in welcher Version du bist, heb deine Schultern weit weg vom Boden. Atme tief und ruhig durch die Nase ein und durch die Nase aus. Senk langsam die Hände wieder zum Kreuzbein, komm zurück auf die Fersen und löse den Griff. Dann stell deine Hände unter den Schultern auf und roll dich langsam zurück nach oben. Setz dich einmal rechts neben die Füße und bring Knie und Hüftgelenk jeweils in den 90 Grad Winkel. Du musst dich dafür ganz auf die rechte Gesäßhälfte setzen. Und wenn du deine Beine positioniert hast, dann leg dich auf der rechten Seite am Boden ab. Streck beide Arme auf Schulterhöhe nach vorn aus. Dein Kopf ist abgelegt und wenn dir das im Nacken unangenehm ist, dann drück kurz auf Pause, hol dir ein kleines Kissen, um den Kopf dort zu platzieren. Wir machen eine ganz schöne Übung zum Mobilisieren der Brustwirbelsäule und zum Dehnen der Brustmuskulatur. Führe jetzt den oberen, den linken Arm entlang eines imaginären Regenbogens hinter dem Kopf am Boden entlang, soweit es geht nach links. Probier mit der Hand den Kontakt zur Erde zu halten. Vielleicht stoppst du bei der Hälfte oder du gehst bis ganz nach links auf Schulterhöhe in die volle Drehung. Am Ende der Bewegung genauso langsam ohne Eile wieder mit Bodenkontakt zurück in die Ausgangsposition. Nimm während dieser schönen, langsamen Bewegung alle Empfindungen im vorderen linken Schulterbrustbereich wahr. Mach das noch so zwei, drei Mal für dich, gern verbunden mit einem tiefen Atem in Bauch und Brust, ein und aus. Gut. 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 wenn du das nächste mal in deiner persönlichen maximalen öffnung angelangt bist dann verweile dort noch für drei bis fünf atemzüge sie dein kinn leicht zur brust damit der nacken schön lang bleibt und versuch mit jedem ausatmen die linke schulter völlig entspannt und angenehm schwer in richtung unterlage sinken zu lassen dann bringen den linken arm auf dem gewohnten wege über den regenbogen zurück in die ausgangshaltung stell die hand vom gesicht auf und drückt dich nach oben kommen wieder in den fersen sitz spiel für einen moment den unterschied zwischen der linken und der rechten seite dann bauen wir das ganze zur zweiten seite auf setz dich links neben die füße und bring knie und hüftgelenk jeweils in den 90 grad winkel setz dich dafür ganz auf die linke gesäßhälfte und wenn du die beine positioniert hast leg dich auf dem boden auf die linke seite streck beide arme auf schulterhöhe aus kopf ist abgelegt vielleicht durch ein kissen unterstützt dann für jetzt den rechten arm entlang deines imaginären regenbogens hinterm kopf am boden entlang weit nach rechts probier wieder den kontakt zur erde zu halten und für den arm so weit wie es für dich auf dieser seite angenehm ist und dann später ohne eile wieder zurück nach links probier ein bisschen aus vielleicht auch mit dem tempo womöglich möchtest du bewegung und atmung synchronisieren vielleicht möchtest du dich auch ganz auf die empfindungen konzentrieren und den atem einfach frei fließen lassen mach noch so drei vier wiederholungen wenn du das nächste mal in deiner persönlichen maximalen öffnung angelangt bist dann verweile dort noch für drei bis fünf atemzüge und versuch mit jedem ausatmen die rechte schulter angenehm schwer und völlig entspannt in richtung unterlage sinken zu lassen bringen den rechten arm langsam zurück in die ausgangshaltung stell deine hand vom gesicht auf und drück dich nach oben für unsere letzte übung kannst du im fersensitz bleiben oder dich wie ich in den schneidersitz in sukhasana setzen vielleicht brauchst du gleich eine socke als hilfsmittel kannst du dir schon mal bereit halten und dann streck nun deine arme zu den seiten aus dreh die handflächen nach oben und heb dein herz weit anheb auch den blick zieh die daumen zurück atme tief ein und über kreuz mit dem ausatmen die arme vorn rechts über links und umarm dich greift die schulterblätter wenn das geht und macht die umarmung noch ein bisschen enger dann löse nur die hände oberarme bleiben über kreuz und leg die handflächen aneinander alternativ greift das handgelenk oder nimm deine socke als verlängerung beziehungsweise verbindung zwischen den händen für die adlerarme lass die schulter noch mal tief sinken und zieh deine schulterblätter aktiv auseinander daumen bewegen sich weg von der stirn und wir integrieren eine kleine bewegung in der wirbelsäule mit dem einatmen heb brust und blick gern auch die hände etwas an mit dem ausatmen neigt den kopf und runde den rücken ellbogen zum bauchnabel einatmen nach oben ganzer weg ausatmend nach unten noch einmal tief einatmen lang ausatmen dann finde noch einmal die neutrale ausrichtung deiner wirbelsäule schickt zwei drei bewusste atemzüge in den oberen rücken unter die schulterblätter ein und aus spür mit jedem einatmen mehr raum und mit jedem ausatmen mehr entspannung in diesem bereich deines körpers und löse das achtsam auf streck mit einem einatmen die arme noch mal zu den seiten öffne den brustkorb atme aus über kreuz die arme links über rechts und greif wenn möglich wieder deine schulterblätter nach die umarmung noch ein bisschen enger und dann löse nur die hände oberarme bleiben über kreuz und leg die handflächen aneinander oder wieder greift wieder das handgelenk oder die socke dann zieh deine schultern noch mal bewusst nach unten und ganz besonders die schulterblätter auseinander daumen wieder ein stückchen weg von der stirn und wir integrieren wieder unsere kleine bewegung synchron mit dem atem einatmen heb brust und blick gern auch die ellbogen stückchen an und mit dem ausatmen neigt den kopf und runde den rücken mach dich ganz klein und rund einatmen wieder nach oben ausatmen nach unten noch einmal tief einatmen lang ausatmen und dann finde noch einmal die neutrale ausrichtung deiner wirbelsäule und schick zwei drei bewusste atemzüge in den oberen rücken unter die schulterblätter ein und aus spür mit jedem einatmen mehr raum und mit jedem ausatmen mehr entspannung in diesem bereich deines körpers der kiefer locker löse achtsam die hände streck mit dem einatmen die arme noch mal zu den seiten öffne den brustkorb dann verschränken letztes mal ausatmen die finger hinterm po so wie vorhin nur gern diesmal die ungewohnte seite dann zieh die schulterblätter zusammen und streck einatmend die arme zieh ausatmen die schultern nach unten und die faust weit zurück einatmen lass den brustkopf nach vorn und oben weit werden ausatmen zieh die hände noch ein stückchen mehr nach hinten einmal noch einatmen streck die arme dann halte kurz und löse mit einem ausatmen auf leg die hände auf den beinen ab schließ deine augen und spüre nach vielleicht fühlt sich dein schultergürtel jetzt etwas wärmer an etwas weicher der raum um dein herz herum vielleicht etwas klarer etwas offener und sitz noch für einen moment still dein becken ganz schwer so als würde es sich ganz ins hier und jetzt niedersetzen dein bauch ist weich und du selbst bist tief verbunden mit deinem atem mit deinem körper mit deinem herzen dein um dein um Wenn du möchtest, leg die Hände vor der Brust aneinander. Atme tiefer ein und aus. Senk deinen Kopf, die Stirn zu den Fingerspitzen. Und diese Verneigung hier zum Schluss als Zeichen der Anerkennung und der Dankbarkeit für die Tradition des Yoga und für die Weisheit, die sie uns schenkt. Wenn du soweit bist, öffne langsam deine Augen, blinzel ein paar Mal das Licht herein und heb wieder deinen Kopf. Ich danke dir, dass du heute wieder mit mir geübt hast. Freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und wünsche dir nun noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.